Du bist es, Junge. Äh, was? Junge, wenn eine Top-Mannschaft Schalke ein Angebot macht für den Spieler, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es den Verein nicht mehr gut geht. Das stimmt. Na dann, ich will ihn nur verpflichten, weil er echt gut ist. Mir geht's gut. Der Bus in die zweite Liga kommt in fünf Minuten. Seh zu, dass du den kriegst du wie das Mech an, Junge. Nein, aber... Der ist so gut, der Kai. Ne, ich finde den auch geil. Boah, warte. Doch, das ist natürlich eine scheiß Aufstellung. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lieber bitte online. Entschuldigung. Aber siehst du irgendwas, worauf du schießen kannst? Ich habe eine Ahnung, halt in 19 Kilometern. Aber da vorne, alles was rauchen kann, Kutuzov, Fletcher, sind vor uns. Epic-Anfrage haben. Hm. Doch, wir scheinen trocken. Oh, was hast du für den Skin? Deadpool. Deadpool-Skin war das. Mhm. Drehen wir nach rechts weg um die Insel, oder? Da hast du deine Antwort. Das sind Single-Job-Torpedos. Ranked ist auf jeden Fall aus. Ja. Weil da kommst du nicht weit. Da sind nur die ganzen Harten drin, Alter. Ach. Das Bild habe ich probiert. J.T.R. ist auf Anhalt. Lass mich nicht sagen. Das kenne ich mit Destiny noch. Lass mich warten, bis meine einschlagen. Und der Sniper macht sich das ganze Competitive. Die hat weggedreht. Wir haben eine Key 4. Ein Hück dreht. Ich mache einen 180er Turn. Nicht, dass du dich wunderst. Und häng seitlich in unserer Susuja. Hä? Wieso? Was soll der breit? 2.000 auf Anhalt, aber mehr nicht. Ja, nur Abrabe. Na, wo landen wir denn? Na, ich würde fast sagen, hier, hä? Ja. Hast du das gesehen? Ja. Ping ist da. Zwei Zerstörer sind schon da und von uns. Läuft doch. Ja, Traum schon wieder. Oh Gott. Ich hoffe, dass ich auf dich treffe, du Hund. Ich bin und bleibe aufgeklärt. Na ja. Hat die Anhaltssichtung. Oder wollen wir weiter rin da? Da ist Kiew. Gut. Schön, dass wir gesprochen haben. Ich hab doch gesagt, nee, können wir ruhig machen. Das hab ich nicht gehört, Entschuldigung. Hat jeder Haufen runter. Turmausfall auf Anhalt. Einer von zwei Fronttürmen. Achtung, da geht einer mit runter. Prost. Prost. Hier wo wir ran, das ist Security. Mhm. Oh, da spielt er eine Farming Simulator. Alter, wie komme ich denn jetzt ein bisschen so schnell? Ich kann mich mal runter. Schön, Alter. Ich hab Whoa! Yeah. Wir haben noch nen Nerzen hier gehabt. Ja. Ich lad da mal auf HES eben schnell rum. Und dreh schon mal die Tür mal virei3. Was sei das? Was machst du? Ich hab schon wieder aufgeklärt. Oh fuck fuck! Da kann nur von links kommen, ne? Das wär's da. Äh, die scheiß Typis hier, die haben mich niedergestreckt. Da ist ein Nuss. Fuck! Okay, den Ort meiden wir. Bin drückt, aber rechts. Ja. Dann lade ich wieder um auf APS. Alter. Ich hab auch keine Waffen oder irgendwas gekriegt. Den Typen werd ich fast mitgenommen. Ey, da kommen die Typen, verfolgen dich und schießen dich wieder bis zum Gehtnichtmehr. Kiefe, links. Newe. Ach, klar. Fletcher! Auf bei dir. Das sehen wir als Aufwand runter. Die Wahrheit. Nicht nur das. Das Gebiet meint wir. Kiefe, links. Seh ich. Hast du die gesportet oder gepinkt? Mit Secondary. Das ist die Nelson, die aussieht, meine ich. Ich weiß nicht. Unsichtbar. Ist das zu früh? Ich weiß nicht. Auch wenn wir nach.' Sip, Macuten, sind Madrid tot. Klasse. Okay, jetzt pingst du mal. Ich fahr auf die Susuya zu. Weg vom Zerstörer. Ich bin immer noch nicht geordnet, das heißt die Fletcher kommt auch rum. Die tauchen gleich beide hinter uns auf. Bist du schon raus? Ich bin geordnet. Ja. Ja, ich bin auch geordnet. Aber ich bin immer noch zu. Du bist über mir? Nein, unter dir. Ich bin immer noch nicht gesichtet. Ich auch nicht. Ich habe knapp 200 Meter noch zum Ziel. Jetzt bin ich. Ich drehe das Heckgeschütz. Da ist auch Security irgendwas. Wo haben wir ein Auto? Direkt vorne stehen gehabt. Nein, das ist kein Auto. Echt nicht? Oh geil, noch Kamera drauf. Das ist so ein Bus, für ein Teammate wiederbelebt. Hol sie dir. Ja, und du denkst daneben, hast du das? Das ist ein Autostinker. Ah, okay. Das brauche ich. Oh, normalisches Schwurt fährende Feuer. Nein, 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 nein. Schön. Die Fletcher ist hochgefahren zu A. Wir haben einen. Hier ist noch einer bei mir. Hier ist noch ein Verbandszeug. Ja. Okay. Ich kann nicht mehr aufhören, so zu springen. Danke. Okay. Okay. Scheiße. Muss ich da hoch? super overlap. Ja, das ist meine Beine. geil wir gewinnen unsere flanken der rest lässt sich zusammenschießen grünes grüne maschinen wirst du warte ich komme das ist gut wenn wir die schnell genug sprengen vielleicht noch mal die ponte zurück knackst du direkt den schild von denen ok vielleicht auch irgendwo ein schutzding schutzding na gut das müssen wir auf jeden fall machen jetzt habe ich das auch gebringt rage uuuhu die udaloy hat die kiev gesprengt die hat sie zurückgesetzt sie da auf guter saf geil das heißt die hat auch noch einen fliegenschiss hey achso das meinst du ok das sind den ersten hier das ist die zone fuck jetzt aber Flory Karolik scheiße komm komm da nicht mal raus ne jetzt echt jetzt hin steigern rein komm lass uns wir müssen uns beeilen komm scheiße das musste zitter werden geschossen in die seite ja direkt bei mir es macht das huhn warum greifen die mich an jetzt aber gas die kultus aufgericht gerade gehemmer von der oder ich weiß hier ist hier das machen wir gar nicht wirklich oder doch machen wir stellen dich mal eben das ist passiert ich bin noch fast das ist das größte kann ich habe ich gesehen nein wir nutzen das jetzt nein auf die auf den träumen ja hast du jetzt geschossen wir müssen jetzt mal kurz mal weiter aber sowas und jetzt ist immer zonendruck und entschieden weil wir haben drei punkte gewonnen nein unentschieden was spielt mir keine reihe hier auto 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 die sie so die so so ja kriegt so einen fetten gg ach scheiße ist ein xbox spieler trotzdem unentschieden ja nicht gewonnen ja okay dann hat er auch noch mal eben 37 hochgetickt aber das haben wir gerade nicht getan das haben wir getan letzte spiel hat und speichern alter alter